An diesem Video wird erklärt, zu welchem Zeitpunkt, auf welchem ihr euch eisigen Donner mit der Hölle von Kastionären erheben können. Diese Erklärungen riechen sich an echter Linie Personal aus Schulen, die sich am Kader von der Schulentwicklung bewegen. Die Vielgendsweise lässt sich allerdings genauso gut auf andere Bereiche bezeichnen, zum Beispiel, wenn ein Projektsevaluation oder ein General Zufriedenheitsinfrohr plant. Für uns fangen heute ein kleinen Überblick, zu welchem Zeitpunkt sich ein eisigen Datenerhebung umbietet. Selber Donner sammeln uns immer dafür vierteile, wann ihr mit den Donnern, die eigentlich zur Verfügung stehen, nicht mehr weiter könnt, der Tests von den Dashboard, Aner-Schuld-Statistiken, Publikationen oder Rapporten nicht auf die Frage können. Wann ihr Projekt oder die PDA so ben angeht, kann dann auch volles davon evaluiert gehen. Allgemein erweisen sich Infrohr noch immer dann als nützlichen Util, wann ihr verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen von der Schul-Kommunität will auch hier werden. Am drei-Jahres-Zyklus von PDAs, die Kastionäre besonders an der Phase Bilon und Etat des Lieus zu rekommendieren. Für den Bilon blicken wir dabei zurück auf die drei Leichthörer. Für den Etat des Lieus konzentrieren Sie sich doch nicht auf den aktuellen Zustand und können auch Wünsche und Propäuse für Zukunft mit einem Kastionär abbauen. Gehen wir euch rüber zu den Etappen, die aus beim Absatz von einem Kastionär können helfen. Für auch so kraftische Resultate zu kriegen, muss der Kastionär eine gewisse Qualität tun. Der wichtigste Etat ist die Echt, wo es darum geht, die frohen Anziele von der Infrohr klar zu definieren. Das Etat ist von Anfang bis zum Schluss, also bis zur Analyse von den Resultaten wichtig, für den Überblick zu halten und nicht vom Kerl von der Infrohr aufzuwischen. Für der vollen Indikator zu setzen, Zielgruppen zu definieren, Titels nur der Regel von der Kunst zu formulieren und der Pre-Test durchzuführen, holt ihr Dokument, wie erstell ich einen Fragebogen aus dem Koffer mit der Logik zur Hand. Am Koffer mit der Logik fand ihr auch ein ganzes Reihe Kastionären zu den verschiedenen Domänen aus dem Guide der Referenz, den ihr als Muster könnt benutzen. Heizu klickt ihr einfach auf die Dimension an den Domänen, den ihr interessiert, und Download der entsprechenden PDF-Kastionären. Ihr könnt das viel eure Lübe nutzen, für zusammen ein Schwarz zu treffen, wer ein Frohe soll auflösen, adoptiert oder waschgelös gehen, auf ihr dann der Kastionär mit einem von ihr gewählten Tool zu digitalisieren. Ob dieser löscht, der auch am Koffer zur Verfügung steht, könnt ihr den für ihr passenden Tool rauszuschauen. Verschiedene Tools bieten auch eine automatische Auswertung von den Resultaten, und den Export von ihrer Reihe-Doneen. Sollten ihr die Ressource fehlen, den Kastionär selber online zu stellen, könnt ihr bei euch so ein Demand die Mise-Online machen. Das kriptet möglichkeit, der ihr am Koffer zur Verfügung gestellte Kastionären via die Plattform eVasis für ihr online zu stellen. Die Resultate gehen nicht dann an einem automatisch generierten PDF, wie diesem zur Verfügung gestellt. Ihr Demand könnt ihr über info.edustart.lu oder über den Hilfsbutton am Koffer rausgehen. Vergiss nicht, nicht auf dem Kastionär gehen nicht auch sogenannte qualitativen Methoden aus der Sozialwissenschaft, für den Interview oder die Gruppendiskussionen. Wenn nicht mal mehr Seher oder mehr einfach muss gehen, da bieten sich auch Methoden aus der Organisations-, Unterrichts- und Schulentwicklung an. Zum Beispiel SWOT- oder Soft-Analyse, Kraftfeld-Analyse, Zielscheif- oder auch Spannennetz genannt, Foto-Evaluation, Beobachtungsraster, Selbstevaluation und vieles mehr. Informationen zu dieser Methode fand ihr eurem Koffer. Bei weiteren Fragen zu diesem Video oder allgemeinen Propositionen melde dich einfach bei uns. info.edustart.lu